Hallo Erich Unger, schön dich hier zu haben. Du hast was mitgebracht, ein Modell von dem Logo der AS mit Piloten und du hast das Ding heute fliegen lassen hier. Genau, das fliegt, was ja auch zu beweisen war. Also die ganze Idee hinter dem Logo auch, dass das vielleicht ja mal wirklich ein prähistorisches Flugzeug war. Und du hast es mit Plänen oder mit Fotografien? Ja genau, mit Plänen vorbereitet, mit Fotos vorbereitet, einen Plan gezeichnet und dann so mit Schaumstoff, den man eigentlich so normal kaufen kann, Isoliermaterial konstruiert und ja, ein paar Freiheiten genommen. Da hier diese Propeller, die man ja in dem Ding da nicht so sieht. Aber irgendwie muss man das antreiben und nachdem da so Kringel drinnen sind, bauen wir da die Propeller rein. Das ist jetzt maßstabgetreu, diesen flugähnlichen Modell. Genau, also das ist möglichst dem AS-Logo möglichst genau nachgebaut. Und dieses Modell, dieses Abbild quasi, ist flugtauglich, kann man das so sagen? Genau. Und eigentlich auf Anhieb, also wenn man mal den Schwerpunkt richtig einstellt, war da jetzt nicht irgendwie, man muss das Leitwerk vergrößern, sonst fliegt das nicht richtig oder so irgendwas, sondern fliegt eigentlich genau so vergrößert. Perfekt. Hat schon einige Flugstunden hinter sich? Ja, ist schon seit zwei Jahren hier und da mal geflogen worden. Ja, und hat das auch ein bisschen Aufsehen erregt, weil sowas sieht man wahrscheinlich nicht jeden Tag. Natürlich, ja. Also am Modellflugplatz gibt es die verschiedensten Konstruktionen, aber in den Kreisen hier sieht man das nicht so häufig. Wie lange braucht man, um sowas zusammenzustellen? Also das war jetzt so die erste Variante, ohne jetzt noch ein paar kleine Nachbesserungen, Schwerpunkte und so weiter. Ein Wochenende, also zwei Tage. Also das ist so diese Prototypenbauweise, die ich zusammen mit einem Freund mache und wo wir halt versuchen, verschiedenste Arten von Fluggeräten in die Luft zu bekommen, also so Flächenflugzeuge, Drohnen, alles Mögliche. Und das ist halt so der Spaß, möglichst schnell einen Prototypen zu machen und schauen, was fliegt einfach und was fliegt nicht. Wunderbar. Also ich finde es großartig, quasi hier das praktisch nachzustellen und auf diese Art und Weise auch nochmal beizutragen, diese Idee noch ein bisschen populärer oder interessanter zu gestalten. Ja, es hat Spaß gemacht, das Fliegen und das Bauen. Ja, ich hoffe, es gibt weitere Modelle oder vielleicht auch andere Ideen, die dann auch in die Luft gehen werden, quasi. Danke für dieses wunderbare Modell und danke für dieses Gespräch. Ja.